Unerschütterlich steht es da, dort im Wolfsburger Norden und hat in seiner Geschichte schon einiges überdauert. Das Wolfsburger Schloss. Ein klassisches Wahrzeichen der Stadt, das jährlich auch jede Menge Touristen anzieht und erstmals 1302 urkundlich erwähnt wurde. Nicht ganz so lang, aber doch immerhin schon sieben Jahre, schwillt allerdings ein Streit um die äußere Erscheinung des Schlosses. Genauer gesagt, um die Farbgebung. Denn das Wolfsburger Schloss zeigt sich seit 2014 farblich zweigeteilt, in markantem Weiß und beige-grauer Steinfarbe. Und das stößt den ehemaligen Besitzern von jeher sauer auf. Günther Graf von der Schulenburg hatte die Farbgebung schon immer kritisiert, jetzt legt er im Streit um die Zweifarbigkeit nach. Auch, weil die von den damaligen Restaurateuren durch den Zahn der Zeit versprochene natürliche Farbangleichung immer noch nicht eingetreten ist. Man braucht doch nur in die Geschichte schauen und sich die anderen Weser-Renaissance-Schlösser anzusehen. Hemmelschenburg zum Beispiel, da gibt es diese helle Farbe nicht. Doch es geht nicht nur um die Fassaden. Auch Details seien durch die von der Stadt beauftragten Restaurateure nur unzureichend saniert worden. Zum Beispiel bei den Arbeiten am steinernen Wappen. Das sei keine geschichtstreue Sanierungsarbeit, heißt es von Seiten des Grafen. Der Graf fühlt sich außerdem benachteiligt, weil man ihm bei ähnlichen Projekten in Wolfsburg, etwa beim Rittergut Nordsteimke, sehr genau auf die Finger geschaut habe. Bei meinen eigenen Umbauarbeiten am Nordsteimker Rittergut muss ich jeden Balken von der Denkmalpflege in langen und erschöpfenden Prozessen abnehmen lassen. Und hier, beim zentralen Stück Wolfsburger Geschichte, konnte man offensichtlich frei interpretieren, wie es mal war. Wegen der Farbe des Schlosses wird es dem Grafen also zu bunt. Bei der Stadt Wolfsburg, in dessen Besitz sich das Schloss seit 1961 befindet, sieht man den Konflikt allerdings gelassen. Es ist nicht vorgesehen, das Schloss Wolfsburg auf Dauer mit zwei unterschiedlichen Fassadenausführungen zu belassen. Die Fassadensanierung des Schlosses war und ist hier, wie an vergleichbaren historischen Bauwerken, aber nicht als Generalsanierung angelegt. Die Entscheidung über weitere Teilabschnitte erfolgte in der Vergangenheit nicht nach gestalterischen Gesichtspunkten, sondern aufgrund baufysikalischer Notwendigkeiten, so dass Mitte der 1980er Jahre Teile des Süd- und Ostflügels und zuletzt ab 2013 der Nordflügel- und der Ostgiebel Gegenstand der Sanierung waren. Da aber sowohl an den nicht verputzten als auch an den verputzten Fassaden gegenwärtig keine größeren Unterhaltungsarbeiten notwendig sind, ist zurzeit keine weitere Maßnahme terminiert. Im Klartext, auf Sicht wird es wohl weiter ein farblich zweigeteiltes Schloss geben, dem gräflichen Zorn zum Trotz. Irgendwann wird man sich dem Thema aber dann doch von Seiten der Stadt wohl annehmen, wenn man den Äußerungen glaubt. Doch wann das sein wird, unklar. Bis dahin wird das Schloss Wolfsburg aber wahrscheinlich auch den Streit um die Zweifarbigkeit so standhaft ertragen wie wahrscheinlich alle Ereignisse in den vergangenen Jahrhunderten. Schloss Wolfsburg Schloss Wolfsburg Schloss Wolfsburg Schloss Wolfsburg Schloss Wolfsburg Untertitelung des ZDF, 2020